Hallo, Clemens hier für The Producer Network. Wer richtig mixen will, der sollte vielleicht auch mal richtig üben. Und bei der heutigen Übung geht es darum, verschiedene Hallprogramme, verschiedene Halltypen besser voneinander unterscheiden zu können. Also nehmt euch eure DAW, macht ein paar Augswege auf, macht ein paar Plugins rein. Und zwar ein Plugin zum Beispiel mit einer Hall, dann das nächste mit einer Plate, mit einer Chamber, mit einem Spring Reverb und vielleicht mit einem Room Reverb. Stellt bei all diesen Plugins ein Predelay von 0 Millisekunden ein und bei all diesen Plugins eine mittlere Hallzeit von 1,5 Sekunden oder 2 Sekunden. Und jetzt vergleicht mal die verschiedenen Hallprogramme miteinander. Schickt also eure Stimme in die verschiedenen Halltypen und achtet darauf, welcher Hall zum Beispiel besonders gut zu der Stimme passt und welcher Hall sich besonders gut in dem Mix durchsetzt. So wird euch bestimmt die Auswahl beim nächsten Mix leichter fallen. Viel Spaß dabei, happy mixing und bis bald!